hey leute was geht was steht wir sind hier immer noch bei der flugschule in gta 5 haben in letzter folge diese drei übungen schon gemacht gemeistert und machen jetzt gleich weiter mit dem messerflug schauen wir mal was so geht na ja also wir müssen unser flugzeug auf der seite halten wie das so ein kleines dann flugzeug das ist gut und es nehmen erst mal tempo auf war gibt ich zum ersten kontrollpunkt mach ich scheiße alter ja was denn ich mach schon den messerflug gerade ne ist das nicht richtig gut jetzt sehen wir ob du das gleiche tun kannst auf der anderen Seite auf meiner Sicht roll dein Flugzeug auf der opposite Seite und behalte die Position ok ein Nachtvege auf der anderen Seite lebe auf das Flugzeug ah ok gut also ich musste gar nicht die ganze Zeit in dieser Schrecklage sein auch gut zu wissen ähm jetzt haben wir hier den Tiefflug folge einen Kurs durch die Stadt und fliege dabei in niedriger Höhe ok gut aber nicht dass wir gegen die Regeln verstoßen nein dass sonst die Polizei hinterher geht dann das wollen wir natürlich auch nicht ne es gibt da immer ne gewisse Mindesthöhe was ein Flugzeug fliegen darf ach Gott und durch Brücken und so wahrscheinlich auch noch na scheiße bitte nicht der fliegt ja schlechter der fliege ja ich schon besser das ist ein blödes Beispiel Video gewesen der fliegt ja richtig unruhig der Typ was er gerade flogen ist auf jeden Fall ich denke mal das mache ich besser ja 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 ok gut wie viele Dinge muss ich in einsammeln verpasst du einen Kontrollbon und erhältst du eine Zeitstrafe oh Gott oh Gott nein ich bin doch schlechter wie der Hilfe oh Gott nicht zu tief, nicht zu tief, nicht zu tief, da ist Wasser naja das ist doch nicht so leicht zu fliegen ne oh Gott alle ich will gar nicht über Land wir werden nicht zu tief, 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 nicht zu tief Nein! Hu hu hu! Scheiße! Alter, war das knapp. Mal ein wenig langsamer hier machen, ey. Ich kann ja auch langsamer fliegen, dann kann ich mich vielleicht ein bisschen besser konzentrieren. Oh Gott! Oh Gott! Oh, gute Navigate! Like a boss, Alter! Like a boss! Gott, Wasser, 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 Wasser! Oh Gott, bitte nimmer es... Nein! Nicht zu viel, 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 nicht zu viel. Ich bin nicht ganz damit overpowered geflogen, Alter. Jetzt mal ein bisschen so ein Chill-Dichen machen, oh Gott, wo ist der Punkt, wo ist der Punkt? Das ist der Punkt, das ist Ziel, das ist Ziel, das ist Ziel! Erst nochmal schnell Gas geben, Alter, nochmal schnell Gas geben. Vielleicht schaffen wir ja noch die Goldmedaille, aber ich meine, das stört ja nicht. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, ob Goldmedaille oder nicht Gold. Aber das haben wir doch aufs erste Mal gut geschafft, hä? Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht, würde ich sagen. Tiefflug bestanden. Also das ist, das war jetzt echt schwer, ja? Mit dem Wasser und so. Da muss man sich schon ein bisschen mehr konzentrieren. Aufsetzen. Lande den Flieger auf einer Brücke. Spinne! Auf einer Brücke landen! Brücken sind zum Fahren da und nicht zum Landen. Hoffentlich ist das eine breite Brücke. Ach gut, das ist ja auch eine breite Brücke. Alter, wie ist denn der gelandet? Das ist auch noch ein Hobbypilot, wie ich, hä? Normalerweise werden da die Räder kaputt. Stellsen, Alter, wenn das so drauf geracht, ey. Also, hab ich zeig denen mal, wie das geht, Alter. Dann können sie das als Testvideo nehmen. Ihr seht, ihr checkpoint markt auf dem Radar? Ihr werdet ein Erdbewerb auf dieser Brücke, gleich vor. Gebe dich zum nächsten Kontrollpunkt. Bin ich. Lande, 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 lande. Halt doch! Halt doch! Oh, shit! Oh, fuck! Wieso bremst denn du nicht? Was soll denn das, du Flugzeug? Oh, Gott, Alter, dein Motor ist ja schon aus. Du sollst stehenbleiben und nicht den Motor wieder anschmeißen. So früh gelandet? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich check's nicht. Zu früh gelandet. Aber ich bin noch erst danach. Ah, das ist echt schwer zu fliegen, das Flugzeug allein mit dem Ausschalten und so. Ey, das ist nicht so einfach. Weil dann der Motor ausgeht und dann geht er auf einmal wieder an. Ach, Mann, ey, das ist doch bescheuert! Ah, fuck it! Ich probier das jetzt so lang, bis wir das schaffen. Kann doch nicht sein, dass ich so früh gelandet bin, oder? Begebe dich zum nächsten Kontrollpunkt. Ja, bin ich doch. Schon die ganze Zeit auf dem Weg, ey, hier. Ja, ja, ich mein... Alter. Ey, ich verstehe das nicht. Zu früh gelandet. Wie kann ich denn zu früh landen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Äh... Jetzt lande ich noch früher. Jetzt hab ich's bestanden, oder was? Hä? Ich bin danach später gelandet und hab's nicht bestanden und jetzt hab ich's auf einmal bestanden, oder was? Geht's noch? Wie bescheuert ist denn das bitte? Ey, so ein Dreck. Wirklich, ja. Also, nee. Über sowas könnte ich mich einfach nur aufregen. Lubings. Lubings. Lubings ist einfach. Also, nein. Wirklich, über sowas... Oh. Da reg' ich mich jetzt wirklich auf. Ich überspring das jetzt einfach, weil Lubings Vorschau brauch ich keine. Brauch ich mir, glaub ich, nicht. Ich weiß jeder, was ein Lubing... Jeder weiß, was ein Lubing ist und wie er geht. Oh, das schaut richtig geil aus in der Nacht, ey. Wirklich, war die Stadt. Das haben sie echt hammergeil gemacht. Wirklich, war ich schwer. Da gehen wir ja fast einer ab. Aber nur fast. So, Kontrollpunkt. Bin ich auf Geschwindigkeit? Kann ich jetzt ein Lubing machen? Nein. Das sieht so aus wie ein normaler Flug. Wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking! You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Aha. When I give you the go ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Okay. Her arms are on the top. And sobald ich auf dem Kopf stehe, muss ich einen... That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. Sobald ich auf dem Kopf bin, sehe ich das da g'scheit, ob ich auf dem Kopf bin? That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. Well, then, nochmal. Now roll the plane right side up. Hab ich. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich habe mich rechts abgerollt. Oh, Alter. Nein, Leute, ey. Was tun die uns da an, ey. Wirklich wahr. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few drives. Also, how is it? Ich habe Hunger wie die Sau, ey. Oh, Alter, wirklich wahr. Schön, die schöne Ansicht, ne? Ich bin bereit, zu level out and retry the stunt from the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Stere the plane first. Wait for my signal and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. So, wieder eine schöne Ansicht machen. Zwischen die ganzen Häuser durchgelooped, ey. One more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Okay, Alter. Los geht's. Hoch. Now roll the plane right side up. Habe ich. Not bad. You did it all. Aha. Na, endlich. Habe ich doch vorhin auch gemacht. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht, Leute. Manchmal wirklich. Manchmal... Ach, so ist er. So ist er. GDA, ne? GDI, so. So, Helikopterkurs. Ich dachte mir nämlich schon, ähm, dass auf den, äh, dass wir Helikopterkurs machen müssen, nämlich mit dem Flugzeug fliegen. Ich glaube nämlich, auf den Auftrag, Vorbereitungsauftrag waren U-Boot und Helikopter und kein Flugzeug, ne? Soweit ich weiß. Helikopter ist glaube ich leichter zu fliegen, ne? Schöner Helikopter. Ja. Ich will dir den Held der Schopper. Malhe die Markskurs und erinnere mich, ich bin für eine Manöver-Abbild, aber auch Speed. Also Speed, ja. Ich geb dir Speed. Das ist echt schwer zu fliegen, ey. Nein, unter der Brücke, bitte nicht. Geh runter. Unter die Brücke muss ich. Ah, da hab ich... Alter, flieg ich langsam… Wenn das dann echt auch so blöd ist zum Fliegen, also dann weiß ich nicht. Ne, echt ist das, glaube ich, äh, doch ein bisschen leichter zu fliegen. Also an sich nicht leichter. Man muss das Zeug zwar auch schon können, aber mit dem Controller ist das, glaube ich, nicht so leicht zu fliegen. Wenn ich jetzt hier so einen Joystick hätte, wäre das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher. Äh, so ein Joystick, ja, Joystick nennen wir die, glaube ich, ne? Alter, ist das schlecht, ey. Nicht darum, Dings, ey. Aber wie schaffe ich das in der Zeit, ey? Haupts... Oh, nein! Oh, fuck it, war das knapp, denke ich. Lieber, wenn ich sicher da fliegen, ne? Nein. Oh, Gott. So, mal ein wenig Demo aufnehmen jetzt, ey. Geht er nur gerade aus. Oh, Gott. Da, dieses Hochhaus links, da, meinte ich. Alter, muss ich da landen? Ne. Wie viele Punkte muss ich noch einnehmen? Sag mal. Da vorne schaut's aus, als wäre das Ziel. Hoffe ich doch. Ne, doch nicht. Oh, Gott, Alter. Na, ich möchte das danach nicht nochmal machen. Das ist nämlich echt so schwer, ey. Oh, Gott, nein, 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 nein. Jetzt darf ich da abbremsen, ey. Ach, Gott, ich schaff's nur in der Zeit, ey. Oh, Gott, ich schaff's nur in der Zeit, ey. Habe ich's verstanden? Nein. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, so knapp, ey. Wirklich wahr. So knapp, Leute. Aber, ja, es geht erstmal dann in der nächsten Folge weiter, wo wir das dann nochmal probieren. Ich hoffe, wir schaffen das dann auch. Ähm, ja, bis dahin.